moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch alle drei kassetten für das musiki stack zeigen und zwar befindet sich die erste kassette in der kleidungsfabrik hier oben leute wenn ihr neben der tafel schaut da sind diese männchen und da drauf auf dieser puppe ist die erste kassette kassette nummer zwei ist in westberlin wenn ihr euch hier hoch seid und zwar neben der werkbank auf den tisch da ist eine vase und vor der vase ist die zweite kassette und die dritte und letzte kassette befindet sich im elektrofachmarkt und zwar in diesem regal hier und wenn ihr die aufhebt dann wird ein lied abgespielt was ich jetzt in diesem video nicht abspielen werde aus copyright rechtlichen gründen und ja das war's mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf jeden fall die glocke aktivieren ciao und bis zum nächsten mal